Der Zauberkrug Auf einem hohen, hohen Berge lag einmal ein schönes, stattliches Schloss mit starken und festen Türmen, mit weitläufigen Mauern und tiefen Gräben umgeben, über welche schwere Zugbrücken hingen, mit einem gewaltigen Burgtore, wo außerhalb desselben auf einem großen Steine das Wappen des tapferen Grafen eingehauen war, dem Berg und Schloss gehörte. Wie die Burg hieß, es nicht genau anzugeben, tut aber auch nicht zur Sache, denn Mauern und Türme desselben sind zerbrochen worden, sodass kein Stein mehr auf dem anderen liegt. Nur das Geschlecht, das darin gehaust, es war der Schreckenberge, ist uns wichtig und merkenswert, dass bei der Zerstörung der Burg nicht mehr zugrunde ging, sondern ein junges Zweiglein dieses berühmten Stammes ganz zufällig gerettet wurde. Die Schreckenberge hatten schon seit undenklichen Zeiten ihren Namen alle irre gemacht, denn wenn ein Zug von Kaufleuten oder sonstigen Gewerbetreibenden sich diesem Berg nähern musste, so taten sie es nur mit Schrecken und hatten nicht Unrecht daran. Denn ein Falke wird nicht leichter eine Taube gewahr, als sie dort oben von ihrem hohen Wartturme die Züge der Krämer, selbst wenn sie der größeren Sicherheit halber des Nachts marschierten, um in der Dunkelheit den gefürchteten Schreckenbergern zu entgehen. Es war ordentlich, als stünden die dort oben mit den bösen Geistern in Verbindung. Denn noch nie war es bewaffneten Herrhaufen geglückt, die Krämer, die sich in ihren Schutz begaben, ungefährdet vorbeizubringen. Auch hatten sie schon oftmals die benachbarten Städte zusammengetan und sich mondenlang abgemüht, die Burg des Schreckenbergers von allen Seiten zu brennen. Die guten Bürger seien bei solchen Versuchen immer früher oder später ein, dass es doch besser sei, dem Schreckenberger hier und da einen Ballen-Seitenzeug für seine erlauchte Gemahlin oder einen Wagen mit Häuten für die Knappen gutwillig zu überlassen, als sich den Ballen seiner Wurfmaschinen auszusetzen und so ihre eigenen Häute zu Markte zu tragen. Der letzte des hocheinsehnlichen und weltberühmten Geschlechts der Schreckenberger war Fratz von Schreckenberg und wohl der schlimmste und räuberischste, der je gelebt. Allein trotzdem war er beliebter als seine Vorfahren. Er ließ zwar nie einen Zug Kaufleute, ohne dieselben zu bestehen, vorüber, ließ ihn aber dafür auch etwas übrig und begnügte sich gewöhnlich mit der Hälfte der Waren. Die Kaufleute selbst oder ihre Reisigen, die er bewältigte, schleppte er nie mit in seine Burg. Und solange Fratz dort oben hauste, stand das Burgverlies beständig leer. Auch streifte er nicht wie seine Vorfahren im Lande herum, sondern saß wie eine Spinne in ihrem Netz auf seinem Berge und nahm nur, was in seinem Bereich kam. An dieser Handlungsweise war neben seiner natürlichen Gutmütigkeit noch eine böse Prophezeiung schuld, die man einem seiner Vorfahren getan, und welche Fratz von Schreckenberg als denjenigen bezeichnete, unter welchem die Burg zerstört werden sollte, sodass kein Stein auf dem anderen bleibe. Was aber den Herrn von Schreckenberg in späteren Jahren wieder auf diese Prophezeiung aufmerksam machte und die nicht selten sehr betrübt stimmte, war der Tod seiner geliebten und guten Gemahlin. Fratz hatte sich erst, als er schon ein Mann geworden war, in den Stand der heiligen Ehe begeben, sollte aber das Glück im Besitz eines so braven und guten Weibes zu sein nicht lange genießen. Denn nachdem ihm seine Gemahlin ein Söhnlein geboren, welches er Kuno taufen ließ, lebte sie nur noch ein Jahr und ging darauf in den Himmel, wo sie eigentlich ihrer Frömmigkeit wegen hingehörte. Was aber den edlen Ritter beim Tode seiner Frau so sehr an die alte Prophezeiung erinnerte, war ein Traum, den die Dame zu dreien Malen kurz während dem Tod gehabt hatte. Ihr träumte nämlich, sie sehe oben vom Himmel zu, wie die Burg in hellen, lichten Flammen stehe. Sie hörte das Getöse der Mauerbrecher, das Schreien der Stürminnen. Sie sah ihrem Gemahl tapfer kämpfen und dann mit dem Schwert in der Hand fallen. Doch hatte sie gleich darauf den Trost, ihn im Himmel mit sich vereint zu sehen. Nicht so erging es ihr mit ihrem Kind, dem armen Kuno. Sie erblickte deutlich das Gemach, wo der Kleine sich bei dem Getöse und Lärmen in einem großen Stuhl versteckt hatte. Sie sah, wie seine Wärterinnen vor Schrecken entliefen und ihn alleine ließen. Sie zitterte heftig, als das Feuer und der Lärme näher kamen und fast kein Ausweg für das Kind blieb. Da sah sie plötzlich, wie der Kleine achtsam aufblickte und in eine Ecke des Gemachs lief, wo ein großer kupferner Krug stand, den sie früher nie gesehen. Das Kind fastet in Henkel desselben und es war, als wenn der Krug plötzlich davonliefe und den Knaben hinter sich dreinzöge. So sah sie ihn entschweben, die brennenden Treppen hinab über die zertrümmerte Zugbrücke und die zerbrochenen Mauern ins Freie, wo der Knabe mit dem Krug plötzlich verschwand. Wie gesagt, dreimal träumte der armen Frau dieselbe Geschichte, genau einmal so wie das andere Mal. Sie erzählte diesen Traum ausführlich ihrem Gemahl, der gerade nicht sehr davon erbaut war. Doch fasste er sich und dachte als ein kluger Mann. Niemand kann seinem Geschicke entgehen, als auch ich nicht. Wir wollen daher erwarten, was da kommt. Auf das Bitten der kranken Gräfin hatte man alle Winkel des Schlosses nach einem Krug gedurchsucht, der mit dem, welchem sie im Traume gesehen, einige Ähnlichkeit habe und hatte auch wirklich unter allem Gerümpel einen solchen gefunden. Es war ein uraltes, kupfernes Gefäß, das man oft hatte liegen sehen und an das früher kein Mensch gedacht. Jetzt wurde es natürlich hervorgeholt, von Staub und Schmutz gereinigt. Und da fand man denn, dass auf dem Bauche dieses Kruges sich allerlei schöne Schildereien befanden. Wappenschilder, Turniere, Schlachten und dergleichen. Der Krug wurde nun auf Befehl der Gräfin förmlich zum Spielkameraden des kleinen Kuno gemacht, der sich auch über diese neue Bekanntschaft nicht wenig freute. Es war ordentlich, als wisse das Kind, wie wichtig ihm nach dem Traume der Mutter dies Geräte einstens werden solle. Denn als man es ihm einmal gegeben, ließ sie sie nicht wieder von sich und konnte sich stundenlang damit unterhalten, indem es mit seinem kleinen Finger den wunderbaren Zeichnungen folgte, die sich auf dem Krug befanden. Es war, als ob das schwache Leben der armen Gräfin bis dahin gezögert hätte, sich von ihrem Körper zu entfernen. Und als glaube sie wirklich, dass der Krug ihrem Kinder ein zu seinem Schutzgeist werden würde. Genug, sie wurde seit dem Auffinden desselben von Tag zu Tag ruhiger und schloss kurz darauf die Augen, um diese verderbte Welt zu verlassen und sich zu den besseren Freuden des Himmels zu erheben. Der Graf war natürlich über den Tod seiner Gemahlin sehr betrübt und schien sogar alle Lust verloren zu haben, seine früheren Raubzüge wieder zu beginnen. Der Knappe auf dem höchsten Turme der Burg erspähte vergebens ganze Züge reisender Kaufleute. Sein Herr, der an die böse Prophezeiung dachte, hatte keiner Lust, die Rache des Himmels durch böse Taten aufzufordern und sich seiner früher zu erinnern, als es ihr selbst gut deuchte. Er tat vielmehr alles, um sich auf der Erde in den Himmel in einen guten Geruch zu setzen. Machte Stiftung, beschenkte arme Pilger aufs Reichlichste und lebte still und eingezogen für sich. Es war ihm jetzt ein größeres Vergnügen, bei dem kleinen Kuno zu sitzen und aus jenem kupfernden Kruge von dem besten Wein seines Kellers zu trinken, als draußen in Feld und Busch herumzureiten und zu raupen. Er konnte jetzt stundenlang von seinen früheren Fahrten erzählen oder so lange mit dem Kindespielen, bis der Wein eine betäubende Kraft auf ihn übte und er ruhig entschlief. Dies letztere wiederfuhr ihm häufig. Und wenn er dann aus jenem Gefäß getrunken, so hatte er weit angenehmere Träume als sonst. Wohl erging es ihm denn wie seiner verstorbenen Gemahlin und er träumte vom Untergang seines Schlosses. Aber er sah dann beständig aus dem Schutt und den Trümmern eine von jenen Blumen wachsen, die man Königskerze nennt und die sich gerade und stolz über alle Gräser und Blumen erhob, die um sie wuchsen. Jetzt war der kleine Kuno zehn Jahre alt geworden und da der alte Herr Graf am Schreckenberg keine Städter mehr beunruhigte und auch unter den benachbarten Rittern keine Feinde hatte, so fing er doch allmählich an, sich des Traumes seiner Gemahlin sowie der Prophezeiung als etwas Unwahrscheinliches zu erinnern. Leider durfte er sich bei diesem beunruhigenden Glauben nicht lange überlassen. Denn plötzlich fielen benachbarte Ruhe Völker in das Land und es entstand ein allgemeiner blutiger Krieg. Jetzt wusste Fratz Schreckenberg wohl, was die Stunde geschlagen hatte. Er berief seine Mannen und Dreisigen und wählte einige der Besten unter ihnen, mit deren Hilfe er seine Schätze vergrub. Nachdem er die Männer aufs Reichlichste beschenkt, machte er sie durch einen fahrlichen Eid verbindlich, dass sie, im Falle er nicht mehr mit dem Leben davon käme, für seinen Sohn sorgen sollten. Darauf wurde die Burg, so viel es sich tun ließ, befestigt und der Graf erwartete ruhig sein ferneres Schicksal, das sich, auch rasch und traurig, erfüllte. Alles geschah, wie es die verstorbene Gräfin im Traume gesehen. Die Burg wurde gestürmt, der Graf Ratz von Schreckenberg fiel, nachdem er wie ein Löwe gekämpft und mit ihm die Besten seiner Mannen. Ja, sogar all die, welche ihm früher den Eid im Betriff seines Sohnes geleistet hatten. Denn sie zogen es vor, den ersten Eid, den sie ihrem Herrn geschworen, der Treue zu halten, wonach sie mit ihm standen, fielen und starben. Die Mauern des Schlosses wurden gebrochen, sodass kein Stein auf dem anderen blieb. Und da die Wärterinnen des armen Kuno den Grundsatz befolgten, jeder ist sich selbst der Nächste, so ließen sie das arme Kind im Stich und keine lebende Seele wusste, was aus ihm geworden war. Wie auf dieser Art all das Schlimmste geschah, was die Gräfin vorausgesehen, so erfüllte sich zum Besten des armen Kuno auch das Gute ihres Traumes. Und der Knabe wurde auf eine wunderbare und unerklärliche Weise gerettet. Als der Lärm um das Schloss losbrach, hatte er anfänglich dem Schallen der Hörner und dem Ruf der Stürmenden ohne Furcht zugehört. Aber diese kindische Freude dauerte nur so lange, bis die Fenster des Gemachs, in welchem er sich befand, von den Flammen des brennenden Schlosses gerötet wurden. Und bis das Geschrei der Kämpfenden, vermischt mit dem Geheul der Verwundeten, in den Gängen des Schlosses und auf den Treppen hörbar wurde. Denn jetzt hatte ihn eine namenlose Angst erfasst. Er versuchte, die Tür zu öffnen, welche seine treulosen Wärterin hinter sich ins Schloss geworfen. Als dies aber seinen schwachen Kräften nicht gelang, so eilte er zu seinem alten Spielkameraden dem kupfernen Kruge, der in der Ecke stand, und fasste den Henkel desselben, wobei er kläglich nach seinem Vater schrie. Die Ideenverbindung des Krugs mit seinem Vater war sehr natürlich, denn er hatte den alten Herrn in der letzten Zeit fast nur mit diesem Gerät in der Hand neben sich sitzen sehen. Aber Fratz von Schreckenberg hörte nicht mehr den Ruf seines Kindes. Es war just im selben Augenblicke, wo ihn die helle Bade eines Feindes über den Kopf traf, sodass er lautlos dahin stürzte. Das Kind, nachdem es einige Male vergeblich nach dem Vater und seinen Wärterinnen geschrien, fühlte sich plötzlich auf eine Art fortgezogen, als sei der Krug ein lebendes Wesen geworden, das ihn mit fortnehme. Die Tür sprang auf und Kuno ging hindurch, die brennende Treppe hinab, ohne von den Flammen versehrt zu werden und durch die stürzenden Mauern, ohne dass ihn ein Stein getroffen hätte. Als dann ging er im eiligen Laufe vorwärts durch die Höfe, dem großen Tore zu, und Kuno hatte bald das Freie erreicht. Plötzlich vernahm er neben sich aus einem brennenden Seitengebäude das Geschrei eines Knaben, der in den guten, glücklichen Tagen häufig mit ihm gespielt hatte. Dieser hieß Wolf und war der Sohn des Pförtners. Kuno hatte nicht sobald die Stimme seines alten Spielkameraden gehört, als er ihm antwortete, »Hier, hier!« und ihm zurief, »Eile dich, lieber Wolf, und komm her, sonst müssen wir beide verbrennen!« Dieser säumte nicht aus seinem Versteck, einem großen standenden Wassertrog hervorzuspringen und kam eilig herbeigelaufen. Er hatte kaum das Gewand Kunus erfasst, als die unsichtbare Macht, welche diesen die brennenden Treppen im Fluge herabgetragen, wieder anfing zu wirken und mit den beiden Knaben in der größten Schnelligkeit davon eiter. Sie kamen den Berg hinab und wussten nicht, wie. Sie liefen eine lange Strecke über das Feld, ohne zu ermüden, und wenn sie sich zuweilen im Laufe umwandten, um nach der Gegend zu sehen, wo sie hergekommen, so erblickten sie das väterliche Schloss Kunus in vollen Flammen. Ein Anblick, über den sie beide in Tränen ausbrachen, ohne aber in ihrem raschen Lauf deswegen einzuhalten. Darauf erstiegen sie andere Berge und die brennende Heimat hinter ihnen fing an, schon undeutlich zu werden. Bald sahen sie nichts mehr davon als einen roten Wiederschein am Himmel, denn der Abend war bereits hereingebrochen. Jetzt fühlten die beiden Knaben auch plötzlich, dass sie äußerst ermüdet seien und sahen sich deshalb nach einem Orte um, wo sie die Nacht verbringen könnten. Aber da war weit und breit nicht zu sehen, als Heide und Wald und Berg und Tal. Kein Haus, ja nicht einmal eine ärmliche Scheune, wo sie hätten hineinkriechen können, um die Nacht nicht unter freiem Himmel bleiben zu müssen. Sie setzten sich ins grüne Moos unter einem Baum und nachdem sie sich gegenseitig recht kläglich angesehen und etwas dabei gesäufzt hatten, brachen sie auf einmal in Tränen aus und führten ihr zum ersten Mal, was sie alles verloren. Ach, Yamato Kuno, wo mag mein Papa sein? Sie haben ihn gewiss totgeschlagen und er lebt nicht mehr. Ja, fuhr Wolf fort. Und der meinige. Und meine Mutter. Und das kleine Schwesterlein. Alle. Alle. Fiel Kuno seinem Gefährten in die Rede. Ja, alle sind tot. Mause tot. Bei diesen letzten Worte brachen sie aufs Neue in heftigere Tränen aus und schluchzten eine Weile sofort. Da sich aber niemand in der Nähe befand, der sie bedauert und gebeten hätte, nicht mehr zu weinen, so hörten sie bald auf und Wolf, der zwei Jahre älter war als Kuno, versuchte es zuerst seinem Gefährten, andere Gedanken anzuflößen. Ja, lieber Kuno, sagte er, wir sind einmal so unglücklich und haben alles verloren. Was ist da nun zu machen? Da kein Haus in der Nähe ist, das uns aufnehmen könnte, so müssen wir unter freiem Himmel schlafen und werden wahrscheinlich davon nicht sterben. Erinnerst du dich noch, wie dein Vater uns einmal erzählte, dass er als ein kleiner Bube mitreiten musste auf die Jagd und dass sie sich dann alle verirrten und er so gut wie der älteste Knappe im Moos geschlafen hat und es hat ihm nichts getan? Daher wollen wir den Versuch machen, uns fest zusammenlegen und sehen, ob wir nicht auch unter freiem Himmel schlafen können. Kuno fühlte sich durch die Worte seines Unglücksgefährten in der Tat etwas gestärkt. Und da er ebenso gut wie Wolf ein herzhafter Borsche war, so sagte er ja und sie suchten sich eine passende Stelle zum Schlafen aus. Den kupfernden Grug, dem die beiden ohne es zu wissen ihre Rettung verdankten, hatte Kuno bis jetzt mit der einen Hand festgehalten. Denn dies Gefäß, sein einziges Erbstück, brachte ihm eine so lebhafte Erinnerung an sein verbranntes väterliches Haus, an Vater und Mutter, dass er sich durch die Nähe desselben ordentlich getröstet fühlte. Nachdem die beiden Knaben sich eine Zeit lang an dem Orte, wo sie sich befanden, nur umgesehen, entdeckten sie eine hohle Eiche, die inwendig mit dem schönsten Moos bedeckt war. Wolf ließ seinen Gefährten zuerst hineinkriechen, damit dieser und der Krug den sichersten und besten Platz hätten. Er selbst aber legte sich vorne an den Eingang, um im Fall einer Gefahr, seinen kleinen Freund beschützen zu können. Beide entschliefen auch bald. Und da sie sehr ermüdet waren, erwachten sie nicht eher, bis die Sonne über den fernen Berg hinaufstieg und einen ihrer roten, zitternden Strahlen in den Baum sandte. Sie sprangen auf, krochen aus ihrer Lagerstadt hervor und hielten einen Rat, was nun zu tun sei. Kuno meinte, ob es nicht am rätlichsten wäre, den Weg nach der verbrannten Burg zurückzusuchen, um nachzusehen, ob nicht vielleicht noch einer von des Vaters Freunden am Leben sei, der ihnen als dann helfen könne. Doch Wolf erwarf diesen Vorschlag, indem er seinem kleinen Freunde erklärte, dass die Feinde, die dort überall herumschwärmen würden, um nach Beute zu suchen und dass dieser sie unfehlbar umbringen würde, sobald sie sich blicken ließen. Das Letztere leuchtete dem armen Kuno auch ein und beide beschlossen, auf gut Glück ins Land hinaus zu wandern, um zu sehen, auf welche Art sie sich durchhelfen könnten. Sie pflückten einige Beeren, die herumstanden zum Frühstück und gingen dann zu einem kleinen Wache, der sich auch nicht weit von dem Baume befand. Hier schöpften sie mit dem Krug einen Trunk klaren Wassers und nachdem sie beide daraus getrunken hatten, verwunderten sie sich nicht wenig, als sie fühlten, dass sie trotzdem wenigen, was sie gegessen, ganz gesättigt waren. Nun brachen sie mit frischen Kräften auf und nachdem sie sich umgesehen und nachgedacht, nach welcher Gegend so ungefähr ihrer Heimat liegen würde, wandten sie denselben den Rücken zu und gingen auf der entgegengesetzten Richtung buchstäblich ihrer Nase nach, ohne ein bestimmtes Ziel. Das Einzige, was sie allenfalls leitete, war der bessere oder schlechtere Boten, über den sie gingen. Bald machten sie einen großen Umweg, um nicht mitten durch einen Sumpf warten zu müssen. Bald gingen sie lange am Rande eines Waldes dahin, welcher vom breiten Wassergräben umzogen war. Und so nahmen den ganzen Tag die Mühseligkeiten kein Ende. Schon sank die Sonne und noch immer hatten sie keine Aussicht, die Nacht besser zuzubringen als die vorige. Auch hatte die Gegend ringsumher nicht das Ansehen, als sei sie von menschlichen Wesen bewohnt. Denn man erblickte keine Fruchtfelder oder Obstbäume, sondern nichts als traurige Heide, durch welche sich hier und da kümmerlich ein halb ausgetrocknetes Bächlein wand, was man dann und wann von Weidung erblickte. Waren schwarze, düstere Tannen, die ihre Zweige traurig zu Boden hängen ließen und laut seufzten und klagten, wenn der frische Wind über sie hinstrich. Es wurde jetzt dunkler und immer dunkler und die beiden Knaben setzten sich ganz ermüdet an eines jener Bächlein hin und da sie auf ihrem heutigen Marsche keine Bären gefunden hatten, um ihren Hunger zu stillen, so schöpften sie mit ihrem Kruger aus der Quelle etwas Wasser. Doch wie erstaunten sie, als sie einen Schluck getan und dieselbe Entdeckung machten, worüber sie am Morgen aber nicht viel nachgedacht, nämlich die, dass sie von dem wenigen Wasser, was sie so getrunken, so gesättigt waren, als hätten sie die beste Speise genossen. Sie schliefen nun getröstet wieder ein, wachten am anderen Morgen gestärkt und erquickte auf und setzten ihren Marsch fort. Es war nun der dritte Tag, dass sie ihre Heimat verlassen hatten und leider wussten sie noch nicht, was sie für die Zukunft beginnen sollten. Sie gingen über die Heiden dahin, durch die Tannenwälder, hinter denen wieder neue Heiden kamen und sofort bis nachmittags. Eben als die Sonne wieder anfing, abwärts zu steigen, erblickten sie vor sich in der Ferne ein Gebirge, das mit anderem, frisch im Grün und nicht mit Tannen bewachsen war und wo sie endlich hofften, Menschen zu finden, die ihnen helfen würden. Sie stärkten sich wieder mit einem Trunk frischen Wassers und wanderten so rüstig voran, dass sie mit sinkender Nacht die Berge erreicht hatten, die vor ihnen lagen. Ihre Hoffnung, dort endlich Menschen und Häuser zu finden, die in eine andere Lagerstadt, als sie bisherige, gewähren würden, ließ sie nicht am Fuß des Gebirges und auf freiem Himmel ihr Nachtlager aufschlagen, sondern sie begannen rüstig aufwärts zu steigen, um sich droben nach einer Stadt oder einem Hause umsehen zu können. Hinter ihnen stieg der Vollmond auf und beleuchtete ihren Weg aufs Beste. Ein Umstand, den die beiden Knaben heute besonders gut zu statten kamen, denn je höher sie stiegen, je schlechter wurde ihr Weg. Bald standen ihnen große Felsenzacken drohend entgegen, zwischen denen sie erst nach langem Suchen einen Weg fanden. Dann waren wieder die Äste der Bäume und Gesträuche so dicht ineinander verwachsen, dass sie nicht hindurch konnten. sondern darüber hinweg klettern mussten. Nach tausend solchen Schwierigkeiten erreichten sie endlich die Höhe des Gebirges und warfen sich ermüdet unter einer Eiche nieder, um eine Weile auszuruhen. Vor ihnen senkte sich der Wald wieder hinab und es schien ihnen als zum Schließe der Gebirgszug, auf dem sie sich befanden, in einem großen Bogen ein stilles Tal. Und so war es auch. Nachdem sie eine Zeit lang ausgeruht, kletterte Wolf auf die Eiche, unter welcher sie sich befanden, und spähte dann nach besten Kräften umher. Allein so sehr er sich bemühte, ein Haus oder dergleichen zu entdecken, so sei er doch nichts als die Spitzen der Bäume. Woher blickte er hier und da aus dem Grün des Weides etwas hervorplatzen? Als er aber schärfer hinsah, gewahrte er, dass es ein großer, runder See sei, auf den die Strahlen des Mondes fielen. Kuno, der sich mit dem trostlosen Bescheid nicht begnügen wollte, stieg ebenfalls auf den Baum, nahm aber seinen Krug mit, denn er hatte ihn zulieb, um ihn nur einen Augenblick von sich zu lassen. Als er auf der Spitze des Baumes angelangt war, ließen die beiden Knaben gemeinschaftlich ihre Blicke umhergehen. Und obgleich Wolf wiederholt versicherte, es sei nicht zu sehen, so rief doch Kuno plötzlich aus, er erblicke da unten ein kleines Häuschen und zeigte mit dem Finger darauf hin. So sehr sich auch Wolf die Augen wischte und so lange hinschaute, bis ihm die Bäume rundherum zu tanzen schienen, so gewahrte er doch nichts, bis er ganz zufällig seine Hand auf den kupfernen Krug legte und dann ebenfalls das Häuschen erblickte. Von dem Kuno gesprochen. Er konnte sich nicht genug darüber verwundern, dass er eine Sache, die doch jetzt so deutlich vor ihm lag, früher nicht bemerkt. Nachdem er jetzt die Vorsicht gebraucht hatte und seine Mütze nach der Gegend zu, wo das Häuschen lag, vom Bäume herabgeworfen, stiegen beide vergnügt herab und machten sich Alex auf den Weg dahin. Sie gingen leichter in das Tal hinab, als sie vorhin den Berg aufwärts gestiegen waren. Doch mussten sie noch ein paar gute Stunden laufen, ehe sie das kleine Haus erreicht, das ihnen vom Baum mit Roben so nah zu liegen schien. Jetzt traten sie aus dem Wald auf einen freien, mit Rasen bedeckten Platz, in dessen Mitte ein kleines Gärtchen lag und in demselben des Häuschen. Das Gärtchen war mit einem Zaun eingefasst, der aus lauter schneeweißen und rosenroten Korallen bestand, deren Spitzen sich in silbernen Schlangenköpfen endigten. Um diesen wunderbaren Zaun gingen sie mehrere Male herum und suchten lange vergeblich nach einem Pförtchen, das ihnen den Einlass gewährte. Sie waren schon im Begriff hinüber zu klettern, als Kuno, der den kupfernden Krug in seine Arme trug, mit demselben beim Vorbeigehen die Korallen berührte. Und nun sprang plötzlich ein Türchen auf und ließ sie eintreten. Hinter ihnen schlug es wieder zu und obgleich sie jetzt die Stelle wussten, wo es sich befand, so waren doch die Korallen so wunderbar ineinander gefügt, dass sie vergeblich die Öffnung, zu der sie hereingetreten waren, zu entdecken suchten. Hatten sie sich hierüber schon genug gewundert, so brachte sie der Anblick des Gärtchens selbst, das sie in dem klaren Mondschein so ziemlich übersehen konnten vor erstaunen fast außer sich. Die Wege, welche sich zwischen den Blumenbeeten hinschlängelten, glänzten als beständen sie aus Silber, das man zu Staub zerschossen. Ach und doch war dieser Glanz noch alles nichts gegen die Blumen selbst, die auf den Beeten wuchsen. Es war nicht anders als schüttle man Diamanten, Rubinen, Smaragden, Perlen, Gold und Silber immer fort durcheinander. So glänzte und flimmerte es vor den Augen der erstaunten Knaben. Vor lauter Glanz und Pracht war es ihnen nicht möglich, eine dieser wunderbaren Gewächse näher zu besehen. Auch ermahnte Wolf seinen Gefährten sich nicht so lange in dem fremden Garten aufzuhalten, sondern auf das Häuschen zuzugehen, damit der Eigentümer dasselben nicht böse würde, wenn sie so lange in seinem Besitztum herumgafften, ohne ihn erst um Erlaubnis zu fragen. So demütig und still wie möglich näherten sie sich deshalb dem kleinen Hause, das vor ihnen lag. Es war nicht minder schön und prächtig als der Garten. Seine vier Mauern bestanden aus glatten weißem Marmor und die Fenster, die sich in demselben erfanden, schienen ungeheure Brillanten zu sein, die in Gold gefasst und eingesetzt waren. Das Dach bestand aus roten Korallen, deren Zacken alle in die Höhe wuchsen und da sich hier wie an dem Zaune auf jeder dieser Spitzen ein silberner Schlangenkopf befand, so sah es aus, als ringelten sich dort oben tausende von roten Schlangen zusammen. entstanden die beiden Knaben vor der goldenen Tür und Wolf klopfte bescheiden an, um sich dem Eigentümer bemerkbar zu machen. Er klopfte einmal, zweimal, ja, dreimal, aber es kam niemand, der ihm die Tür geöffnet hätte. Da sie nun glaubten, da drin sei alles im festen Schlafe, so pochten sie stärker und als auch dies nichts half, erhoben die beiden Knaben ihre Stimmen und baten so flehend wie möglich, man möchte ihn doch aufmachen, sie seien ein paar arme Kinder, die sich verirrt hätten und nicht wüssten, wo sie die Nacht zu bringen sollten. Alles vergebens, niemand erschien und es wurde auch innen nicht das glanzigeräusch vernehmbar. Kuno, der sehr ermüdet war, setzte sich vor der Tür auf die Erde und als er den kupfernden Krug neben sich stellte, berührte dieser von ungefähr die Tür. welche nun plötzlich aufsprang. Wolf, der hierüber sehr erstaunt war, trat einen Schritt zurück und wagte nicht hineinzutreten. Endlich aber fassten beide Mut und nachdem sie noch einmal nach dem Eigentümer gerufen, der sich aber weder sehen noch hören ließ, traten sie in das Häuschen und kamen in ein kleines Zimmer, wo alles mit der gleichen Pracht ausgestattet war. Was sie am meisten verwunderte und zugleich erfreute, war der Anblick zweier Betten, die hier standen. Schüchtern und ängstlich traten sie zu einem derselben, um nachzusehen, ob nicht vielleicht jemand darin läge. Aber wenn sie die seidenen Decken und Kissen auch noch so genau untersuchten und sogar unter die Betten sahen, sie fanden niemand, worauf sie sich nach einer kurzen Beratschlagung in ihrer großen Ermüdung überreden ließen, selbst in diesen beiden Betten Platz zu nehmen. Sie zogen sich also aus, krochen unter die Seiden in Decken, sprachen ihr Abendgebet und fielen bald in einen festen Schlaf. Wie es auf den Kinder zu gehen pflegt, dass sie an fremden Orten, auch wenn ihr Lager noch so weich und ihr Zimmer noch so schön ist, früher erwachen als daheim, so geschah es auch den beiden Knappen. Es war aber heute Morgen wohl noch eine Nebenursache, die ihnen den Schlaf früh aus ihren Augen trieb. Sobald nämlich die ersten Strahlen des Tages über die Berge brachen, so begannen die Fenster zu blitzen und zu leuchten und schossen so tausendfache rote, gelbe, weiße, grüne Strahlen, dass ein Toter davon hätte erwachen müssen. Kuno rieb sich zuerst die Augen und blickte mit dem lauten Ausruf der Verwunderung um sich. Ihm hatte geträumt, sie seien wieder wie früher unter einer Eiche eingeschlafen und erwachten jetzt da selbst durch die Feuchtigkeit des Mooses und die scharfe Morgenluft durchschauert und durchkältet. desto angenehmer aber war es dem Knaben, als er jetzt beim Erwachen fühlte, dass er in einem Bette lag, so fein und weich, wie er es kaum zu Hause gehabt. Wolf, der in seinem Leben nie so geschlafen hatte, dehnte und wandte sich behaglich unter der Seitenentdecke und konnte sich kaum dazu entschließen, das Bett zu verlassen. Die Neugierde, welche in den Knaben wieder rege wurde, als sie um sich blickten und all diese merkwürdigen prächtigen Gegenstände sahen, ließ sie nicht länger ruhen. Sie sprangen auf, schlüpften in ihre Kleider und begannen das Gemach, in welchem sie geruht, auf das Genaueste anzusehen. Ach, da war alles von einer so seltsamen und sonderbaren Pracht. Gestern Abend im Dunkeln hatten sie nicht alles ansehen können und waren jetzt desto mehr überrascht, als sie alle Geräte genau betrachteten. Die Gestelle der Betten, in welchen sie geschlafen, kam ihnen besonders merkwürdig vor. Sie waren ebenfalls von Gold und die Füße bestanden aus schönen geringelten Schlangen, die mit ihren Köpfen das Gestell trugen. Nachdem die beiden sich in dem Gemach satt gesehen, traten sie in das Gärtchen hinaus. Und wenn sie schon gestern Abend über die Pracht erstaunt waren, mit der hier die Blumen blühten, so war heute Morgen beim hellen Sonnenlichte ihre Verwunderung noch viel größer. Ach, das alles, was sie hier sahen, war so schön, dass beide zugleich ausriefen, hier möchten sie ihr Leben verbringen. Die umliegende Talwand war mit den saftigsten und schönsten Grün bewachsen, an welchem Tausende von Tautropfen hingen, die in der Sonne wie Brillanten funkelten. Ein kleiner Bach, der von der Höhe des Berges mit lautem Plätschern herabstürzte, sammelte sich unten im Tale in ein weißes Marmorbecken und floss aus diesem ganz ruhig bei dem schönen Gärtchen vorbei. Nachdem sich die Knaben mit einem Trunk Wasser erquickt, beschlossen sie, in dem Tale umher zu schweifen, ob sie nicht vielleicht eine Spur von ihrem Eigentümer des Häusens fänden. Sie wollten ihn aufsuchen und ihn bitten, er möge sie dalassen, wofür sie dann versprechen wollten, nach ihren Kräften das Gärtchen in Ordnung zu halten und ihm überhaupt nützlich zu sein, wo sie könnten. Mit diesem Vorsatz nahm Kuh nur den Krug an den Arm und beide verließen den Garten. Sie folgten dem Laufe jenes Baches, welcher eine Zeit lang durch frische grüne Wiesen lief und sich dann dem Walde zuwandte, den die beiden den Knaben jetzt vor sie sahen und aus dem der größte Teil des Tales zu bestehen schien. Auf die gut durchschlafende Nacht waren die beiden so vergnügt, dass sie ihre Stimmen erhoben und laut sangen und schrien. Nebenbei hatten sie den Zweck ihren Hausherrn, der sich vielleicht in dem Walde befand, auf sie aufmerksam zu machen. Es wollte ihn bei diesem Singen anfänglich sonderbar bedünken, dass sie in den dicht belaubten Zweigen der hohen Bäume, unter denen sie wandelten, keine Vögel zu hören waren, die ihnen mit munteren Weisen antworteten. Sie horchten bald hierhin, bald dahin, aber da war alles tot und still und nur das Echo antwortete ihrem Rufe. Sie gingen weiter und weiter und endlich schienen ihnen der Wald etwas lichter zu werden. Auch glaubte Wolf in der Ferne den Spiegel des Sees durchblicken zu sehen, den sie gestern Abend von dem Berge um entdeckten. Sie eilten nach jener Richtung hin und sahen bald, dass sie sich nicht getäuscht. Denn wie sie aus dem Walde heraustraten, befanden sie sich am Rande eines großen Sees, dessen Wasser eine schwarze Farbe hatte und recht unheimlich aussah. Da bewegten sich keine Wellen und ob gleich es hoch im Sommer war, so sah der Teich aus, als ob er gefroren wäre. Ja, wenn der Wind von den benachbarten Bäumen ein Blatt so schwamm es nicht lustig auf dem Wasser dahin, sondern als fürchte es sich vor dem selben hüpfte es auf dem Spiegel des Sees bis an die andere Seite und blieb dort erst auf dem Lande liegen. Die beiden Knaben setzten sich am Ufer des Sees auf einen bemoosten Stein und wussten nicht, was sie davon zu halten hatten. Wolf der zu Hause bei den Gelagen der Knappen viele glaubwürdige und wahrhafte Erzählung von bezauberten Ländern, von Wassernixen und Elfen mit angehört hatte, kam zuerst auf den Gedanken, dass sie sich am Ende in einem solchen Zaubertale befänden. Eine Vermutung, die den beiden gar nicht angenehm war. Sie fing an, sich zu fürchten und so freundlich und schön ihnen früher ihre ganze Umgebung erschienen war, so betrachteten Wasser, an dem sie saßen, ja sogar das schöne Häusin, in dem sie geschlafen hatten, das alles erschien ihnen jetzt fürchterlich. Denn Wolf erinnerte sich einer Geschichte, in welcher der Oga oder Menschenfresser solche Sachen hinzauberte und damit arme Kinder anlockte, um sie nachher als Mahzer zu verspeisen. Unter solchen Gedanken saßen die beiden Knaben traurig da und schauten vor sich in das Wasser, das, obgleich es ganz schwarz erschien, doch ziemlich durchsichtig war. Sie beugten sich über den Stein und schauten lange aufmerksam hinab. Und Kunu, der seinen Krug fest im Arm hielt, war der erste, der auf dem Grund des Sees etwas zu entdecken glaubte. Es kam ihm vor, als sähe er dort Mauern, Dächer, ja, nach und nach ein ganz stattliches Schloss, weit schöner und größer als das seines Vaters gewesen war. Auch Wolf sah hin und glaubte, das Nämliche zu erblicken. Da beide scharfe gesunde Augen hatten und ihre Neugierde durch ihre erste Vermutung sehr gestachelt war, so nahmen sie all ihre Aufmerksamkeit zusammen und fanden, dass sie sich nicht getäuscht hatten. Auf dem Grund des Sees lag wirklich ein großes schönes Schloss mit hohen Türmen und Mauern und sie sahen jetzt in unbestimmten Umrissen etwa, wie man einen Gegenstand durch dichten Nebel erblickt. Diese Entdeckung war aber nicht dazu geeignet, ihre Furcht zu zerstreuen. Vielmehr wurde es ihnen jetzt erst recht klar, dass sie sich in einem verzauberten Tale befanden, dass dort unten der böse Zauberer wohne und dass das Häuschen, in dem sie geschlafen, der Ort sei, wo sie der Zauberer ergreifen und verspeisen würde. Wenn auch diese Gedanken nicht geeignet waren, sie dorthin zurück zu bringen, so erging es ihnen doch wie oft den Menschen, die anstatt eine Sache, welche ihnen schrecklich vorkommt zu fliehen, mit einer schaudernden Neugierde sich derselben immer wieder nähern müssen. Die beiden standen auf und wanderten längst dem Bache zurück, bis sie das Häuschen wieder vor sich liegen sahen, in welchem sie gestern geschlafen. So unruhig sie hier auch umher späten, so sehr sie auch fürchteten, hinter irgendeinem Busche eine Schreckensgestalt auftauchen zu sehen, so fand sich doch von all dem nichts. Das Häuschen stand so ruhig da wie vorhin und auch im Innern desselben hatten sie nichts verändert. Sie traten hinein und suchten noch einmal alle Winkel durch, um vielleicht ein anderes Gemach zu finden. Auf die Vermutung, dass ich in dem Häuschen mehr als ein Gemach befinden müsse, waren sie durch die Größe desselben von außen gekommen, welche mit dem kleinen Zimmer nicht im Verhältnis stand. Allein so sehr sie sich und sie entdeckten nichts. Nachdem sie sich nun in dem Gärtchen noch etwas zu tun gemacht hatten, kleine Steine von den Beeten abgelesen und einige von den schönen Blumen, die der Wind von ihren Stöcken losgerissen wieder festgebunden hatten, war es Abend geworden. Und die beiden Knaben begaben sich wie gestern zur Ruhe. Aber weit bekümmert herren Herzens, indem befürchteten, in der Nacht würde der Zauberer erscheinen, um ihrem Leben ein Ende zu machen. Alle eines geschah nichts, was diese Besorgnis hätte rechtfertigen können. Sie schliefen die lange liebe Nacht hindurch, ruhig in den seidenen Betten und wurden erst am Morgen von den funkelnden Sonnenstrahlen erweckt, welche durch die hellglänzenden Fenster hereinflimmerten. Munter standen die Knaben wieder auf und ihre Furcht, dass sie einem bösen Zauberer in die Hände gefallen seien, schien sich etwas zu verlieren. In Ermangelung anderer Nahrungsmittel sprachen sie ihrem Kruge fleißig zu, welcher sie auch nicht im Stiche ließ, sondern sie auf das Wunderbarste erquickte und sittigte. Dann nahmen sie sich bei der Hand, um wieder am Tale umher zu schweifen. Diesmal wandten sie ihre Schritte nicht nach dem Schwarzen See, sondern versuchten an der Talwand empor zu steigen, um sich droben auf der Höhe umzusehen. Anfänglich fanden sie hier einen Weg, der empor zu führen schien. Doch als ihm einige hundert Schritte gefolgt, wandte er sich wieder abwärts. Ebenso ging es mit einem zweiten und dritten Weg, den sie fanden. Und wenn die beiden Knaben nun endlich versuchten, ohne Pfad und mitten zwischen den Bäumen empor zu klettern, so kamen sie doch nicht hinauf, sondern bald konnten sie über zusammengestürzte riesenhafte Bäume nicht weg. Bald versperrt ihnen eine ungeheure Felsenwand den Weg. So mühten sie sich mehrere Stunden vergebens ab und kehrten endlich wieder um, nachdem sie beschlossen, dass ihnen nicht gelungen sei, sich droben umzusehen, so wollten sie einen Weg um den See herumsuchen, um sich auch die andere Seite desselben genau zu betrachten. So viel sie von dem Ufer aus, an welchem sie gesessen sehen konnten, zog sich der See noch so weit in das Tal hinein, allein jetzt versperrte ihnen dichtes Gebüsch, zwischen welchem sie nur hier und da das Wasser durchschimmern sahen, die fernere Aussicht. Sie wandten sich zur linken Seite des Sees, um den Versuch zu machen, an seinem Ufer dahin zu gehen. Doch gelang ihnen auch dies vorhaben nicht, indem dieser Weg mit unendlichen Schwierigkeiten verbunden war. Hier trat der See bis an die glatte Talwand und ließ nicht einmal einen handbreiten Weg. Dort hingen breite Felsmassen über das Wasser hinüber und die beiden sahen bald ein, dass sie auf dieser Seite ihre Entdeckung einstellen mussten. Dass bereits wieder zu dunkeln anfing, so nahm sie sich vor, morgen die Ufer des Sees auf der anderen Seite zu untersuchen und kehrten darauf zu ihrem Häuschen zurück, um die dritte Nacht in dem selben zu schlafen. Der Abend war so schön und die beiden Knaben durch ihre misslungenen Entdeckungsreisen aufgeregt, konnten sich bei ihrer Nachhausekunft hinter die Berge und bald stieg an der anderen Seite der Mond empor und lauschte und spälte zwischen den dunklen Tannen ab ins Tal, als wolle er sehen, wo die glänzende Sonne geblieben sei, seine ungetreue Geliebte, die er so rastlos verfolgt. Das arme blasse Gesicht des Mondes war von der ruhelosen Jagd ganz rot angelaufen und diese Röte verschwand erst, als er sich über den Bergen empor gehoben hatte und einsah, dass er die Sonne nicht erreichen könne und all seine Mühe vergeblich sei. Die beiden Knaben legten sich hinter das Häuschen auf den Rasen und dachten an ihre Heimat und an ihre lieben Eltern und Freunde, die sie für immer verloren hatten. Sie erzählten einander von ihren letzten Tagen, die sie in der Burg verlebt mit all den kleinen Einzelheiten, die einer so gut wie der andere wusste und unterhielten sich doch dabei. Sie beschrieben einander das Getümmel der Stürmenden und Kuno machte seinem Kameraden den großen Schrecken anschaulich, als er den ersten Schein des Feuers an den Fenstern gesehen habe. So lagen sie da und sprachen und sahen abwechselnd auf das Tal, das durch die starken nicht belaubten Bäume gegen die Strahlen des Mondes geschützt, dunkel vor ihnen lag. Oder in den Mond selbst, der einem dunklen Nachthimmel ruhig emporstieg. Plötzlich war es ihnen, als vernähmen sie von dem Ufer des Sees her ein leises Klingen und Tönen, so ungefähr, als wenn man mit dem Finger auf dem Rande des Glases hin und her schleift. Oder als Da sie früher kein Laut in dem Tal gehört hatten, so lauschten sie dieser seltsamen Musik mit der gespanntesten Aufmerksamkeit. Sie schienen näher und näher zu kommen und die Töne wurden immer lauter und deutlicher. Aber so sehr die beiden sich auch anstrengten etwas zu sehen, das diese Musik veranlassen könnte, so bemerkten sie doch anfänglich nichts. Jetzt aber auf einmal winkte Kuno seinem Gefährten Stille zu sein und wies vor sich ins Tal, wo sich unter den Bäumen, die vor dem See standen, etwas seltsam Glänzendes zeigte. Als zwar als lägen dort in dem Grase zwei feurig glänzende Fahrten, die sich langsam näher bewegten. Wolf erblickte jetzt dasselbe und erschrak nicht wenig, denn da er ein schärferes Auge als sein Freund hatte, so erkannte er bald ein paar kleine Schlangen, die aber außergewöhnlich glänzten und streiten. Wie sie sich so in dem Grase dahin bewegten, so erklang die Musik, die sie vorhin gehört und es war als ob sie von dem Anstreifen der Schlangenkörper an das Gras her kämen. Jetzt kamen die beiden sonderbaren Wesen ganz aus dem Walde hervor und die Gnaben konnten sie deutlicher betrachten. Es waren wirklich Tierar. Sie bewegten sich so zierlich und anmutig auf dem Rasen dahin, holen jetzt ihre Köpfe leicht in die Höhe, als ob sie um sich schauen wollten und senkten sie dann wieder nieder, um unter das Gras zu schlüpfen. Wobei es schien als Gefalle in die Musik, die sie hervorbrächten, denn wenn noch kein besonderer Takt an derselben herrschte, so stimmte sie doch mit den Wendungen und Drehungen der Schlangen genau überein. So sehr sich die Knaben zuerst gefürchtet hatten, so ergötzten sie doch bald die beiden glänzenden Tiere und sie sahen mit Vergnügen so, wie sie sich in dem dunklen Grase daher bewegten. Als waren sie nicht mehr weit von dem Garten entfernt, der das kleine Haus umgab und wandten sich gegen dasselbe hin. Sie berührten das Korallengeländer, gingen durch das Pörtchen, das sich in demselben öffnete und verschwanden dann in dem Hause. Das hatten allerdings die Knaben nicht erwartet und sie sahen sich betroffen an, indem es ihnen gar nicht recht war, dass die kalten Schlangen das schöne kleine Haus im Besitzen haben. Wolf kam indessen zuerst auf den Gedanken, dass die Tiere vielleicht mehr recht an dem Haus hätten als sie und erinnerte sich seiner Erzählung, wo Schwäne in der Mitte eines Teichs ein Häuschen gehabt, das mit Betten und allem möglichen Hausrat aufs Beste eingerichtet gewesen sei und wo sie die Nichte zugebracht hätten. Diesem Gedanken nachhängend wurde in dem Knaben eine so gewaltige Neugierde rege, dass sie trotz der Angst vor einem bösen Zauber, der sie bedrohen könnte, von ihrem Platze aufstanden und in möglichster Stille auf den Zehen nach dem Häuschen hinschlichen, um zu sehen, was die beiden Schlangen wohl dort tun möchten. Das Korallentor öffnete sich vor ihnen erst, als Kuno nach manchem vergeblichen Versuch zufällig mit dem kupfernden Kruge daran stieß. Sie schlichen durch das Gärtchen und stellten sich an eins der Fenster, um in das Häuschen zu sehen. Da erblickten sie dann die beiden Schlangen, wie sie mit ihren Köpfen an einer der Marmor Wände hinauf reichten und sich dort plötzlich eine Tür öffnete, die in ein anderes, noch viel prächtigeres Gemach als das erste führte. Dort bestanden die Wände aus purem Gold und wenn noch kein Fenster da war, die von außen einem dunkelroten, sehr hellen Lichtschimmer erfüllte, wodurch sie dann auch unterscheiden konnten, dass das Zimmer mit allerhand schönen Gerätschaften angefüllt war. Da waren kleine Tische, Sessel, Waschschnäpfe und Becher und all das war aus Metall getrieben und mit vielen sinnreichen Figuren verzehrt. Wolf kam von ungefähr auf den Gedanken, dass der Krug, den Kuno an den Armen trüge, ganz genau zu den anderen Sachen in dem Zimmer passen würde. Denn da stand auf einem Tisch ein ähnliches Gefäß, nur nicht so groß und schön wie dieser Krug. Die Schlangen ringelten sich an einem der Tische empor und schlüpften dort in eines der Waschbecken, das mit einer rosenroten Flüssigkeit angefüllt war, worin sie sich eine Zeit lang badeten. Dann verließen sie das Becken wieder und glitten zur Erde hinab. Dort richten sie und sie verwandelten sich plötzlich in ein paar junge wunderschöne Mädchen von etwa zehn bis zwölf Jahren, die sich laut weinend in die Arme fielen. Mit dem größten Erstaunen sahen die beiden Knaben dieser Verwandlung zu. Dass sie ein Zauber im Spiel sei, fühlten sie wohl. Doch waren sie über denselben mehr erfreut als erschreckt. Die beiden Mädchen sahen so freundlich sie hätten sich ihnen viel mehr gern genähert, um zu erfahren, warum sie noch vor wenigen Augenblicken in Schlangen verwandelt gewesen wären. Kuno war besonders dafür, in das Zimmer hinein zu gehen, um sich den beiden Mädchen zu entdecken. Doch Wolf hielt ihnen zurück, indem er ihm bemerkte, dass sich das durchaus nicht schicken würde. Vielmehr sei es ihre Pflicht, sich ruhig von da zu entfernen und den beiden Prinzessinnen – denn dass sie das waren, sah man an den kleinen Kronen, die sie auf dem Kopf trugen, das Häuschen, an dem sie auf jeden Fall mehr Recht hätten, als sie ganz zu überlassen. Kuno konnte sich doch im ersten Augenblick nicht entschließen, das Fenster zu verlassen, sondern sah aufmerksam den beiden Prinzessinnen zu, die jetzt das kleine Gemach verließen und in das sich auf einen Stuhl, hielten sich mit ihren Armen umschlungen und sprachen miteinander auf das Eifrigste, wobei manche Träne aus ihrem Auge floss, ohne dass man draußen etwas von ihren Reden verstehen konnte. Nachdem sie eine Zeit lang so gesessen, fielen sie sich nochmal in die Arme, küßten einander und jede schlüpfte in eines der Betten, in welchem die Knaben die Nacht vorher geschlafen hatten. Da in diesem Augenblicke der Mond, der bisher mit seinem weißen Strahlen das erste Zimmer erleuchtet hatte, hinter einem der Berge niedersank, so wurde es in dem Häuschen ganz dunkel und die Knaben sahen nichts mehr. Erstaunt über die Vorfälle des heutigen Abends verließen sie, um die kleinen hübschen Herren des Häuschens nicht zu stören, den Garten und legten sich am Rande des Weides ins Moos hin, mit dem festen Entferner werden würde. Doch war ihr Schlaf so fest, weil sie heute viel herumgelaufen waren, oder fand es der Schutzengel, der über die verwaisten Kinderwacht nicht für ratsam, dass sie ihren Vorsatz ausführten und ließ sie deswegen länger schlafen, als sie sich vorgenommen, genug, als sie erwachten, stand die Sonne schon hoch am Himmel. Und als sie nun rasch nach dem Häuschen Alten war dasselbe so leer, wie sie es am ersten Tag gefunden. Sie untersuchten alles auf das Genaueste in den Betten, unter den Stühlen, ja selbst in den Schubladen des Tisches. Aber sie fanden ebenso wenig eine Spur von den beiden Prinzessinnen, als sie auch bei dem sorgfältigsten Nachsuchen die Tür fanden, die in das andere Gemach führte. Sie gingen verdrieselig umher und es war jetzt beiden leid gestern Abend nicht wenigstens Bescheid an das Fenster geklopft und getan zu haben, als seien sie ein paar arme verirrte Wanderer, die zum ersten Mal in diese Gegend kämen. Da sie übrigens der Hoffnung lebten, die beiden schönen Schlangen würden an einem anderen Abend wiederkommen, so nahmen sie sich fest vor, es als dann so zu machen und begann, da die Sache für heute nicht zu ändern war, ihre Wanderung durch das Tal aufs Neue. Sie gingen zum See hinab und versuchten diesmal auf der linken Seite an seinem Ufer hinzugehen. Es gelang ihnen hier besser als gestern auf der anderen Seite. Sie wandelten auf einem bequemen Pfade und kamen bald an die Stelle, die sie von dem Anfang des Sees aus gesehen hatten und wo sich, wie es schien, das Wasser zwischen den Bäumen verlor. Es war in der Tat so. Die beiden Ufer des Sees traten hier mit dichtem Buschwerk bewachsen näher zusammen und bildeten eine Ecke, welche die Knaben nicht umgehen konnten, denn der Weg hörte ihr plötzlich auf und führte vor eine schroffe Felsenwand, wo sie natürlich nicht weiter konnten. Nachdem sie sich nach allen Seiten umgeblickt und den vergeblichen Versuch gemacht, die Felsenwand zu erklimmen, entdeckte Wolf auf einmal neben sich eine kleine Treppe, die zu dem See hinab führte und vor welcher ein Nachen auf dem schwarzen Wasser schaukelte. So gern sich die beiden Knaben in das Schiffchen gesetzt hätten, ihre Entdeckungsreise, da es so Land nicht mehr ging, auf dem Wasser vorzusetzen, so hielt sie doch anfangs die Furcht vor dem schwarzen See von ihrem Waagstück ab. Besonders Kuno riet davon ab, dem weniger der See selbst als zerschloss auf dessen Grund, dass sie so deutlich gesehen unheimlich war. Denke dir nur lieber Wolf, sagte er, wenn wir auf dem schwarzen Wasser führen und es öffnete sich plötzlich da unten in dem Schlosse eine Tür und ein Reiter käme unterginge und wir da unten in dem Schlosshof fielen und dort auf ewig bei den Leuten bleiben müssten, die wahrscheinlich verzaubert sind. Wolf pflichtete anfänglich diesen Gründen bei. Doch da ihm alles daran gelegen war, das andere Ende des Sees zu erreichen, um zu sehen, ob sich nicht dort vielleicht Menschen befanden, so gelang es ihm bald, seinen Freund zu überreden und ihm Mut einzuflößen, um die Fahrt auf dem Wasser zu unternehmen. Nach einigem Hin- und Herreden stiegen sie endlich die Treppe hinab und setzten sich in den Kahn. Doch bemühten sie sich lange vergebens die Kette zu lösen, die mit einem starken Schloss an der Treppe festhing. Endlich streifte Kuno, der am Ende des Nachens saß, bei einem neuen Versuch, das Wolf hatte öfters zu Hause gesehen, dass die Knappen, wenn sie ohne Ruder an dem Ufer des großen Schlossteichs umherfuhren, um die ausgestellten Fischnetze wieder einzuziehen, mit den Händen die Sträucher und Zweige der Bäume erfassten und sich so vorwärts halfen. Er wollte es, als die Kette zersprungen war, ebenso machen, wäre aber bei dem Versuche fast ins Wasser gefallen. Denn der Kahn war nicht so weit gelöst, als er sich plötzlich vom Ufer abwandte und zum Erstaunen und Schrecken der beiden Knaben ohne Ruder und Segel mitten in den See hinein fuhr. Vergebens war ihr Versuch, den Nachen, wie man es einem unartigen Pferde tut, durch Zurufen zum Stehen zu bringen, ein Mittel, das sie in ihrer Herzensangst wirklich versuchten. Besonders Wolf, als er fühlte, dass er unaufhaltsam fortgerissen wurde, bat den Nachen zuerst mit den höflichsten Schmeichelreden und dann sogar mit Schimpfworten, er möchte gefälligst halt machen und umkehren. Alles vergebens, unaufhaltsam stieß er dahin. Schon waren sie bei der Stelle vorbei, wo die Ufer des Sees etwas näher zusammentrafen und jetzt kamen sie auf die andere Seite jener Feldsecke, die sich vorhin aufgehalten und sahen vor sich den ganzen See, der dort noch einmal so groß und breit war, wie der Teil hinter ihnen. Obgleich sich der Kahn auf dem Wasser schnell dahin bewegte, so deschnitt seine Spitze nicht die Wellen, sondern es war, als wenn das Fahrzeug über dem Wasser wie auf einer Eisdecke dahin glitt. Auch hörte man an den Seiten nicht das plätschern der heranschlangenen Wellen und nicht das vergnügliche Murmeln des Wassers. Alles war ruhig und still. Anfänglich fürchteten die Knaben, der See möchte sich, wenn sie mitten darauf wären, nach allen Seiten ins Unendliche ausdehnen und sie wie auf einem wilden einsamen Meere allein lassen. Doch dem war nicht so. Die Ufer blieben unverrückt stehen und die Knaben entdeckten nur, dass der Kahn nach einer Insel Steuere, die am Ende des Schwarzen Sees zu liegen schienen. Diese Insel konnte nicht sehr groß sein, doch schien das Gebüsch, das rings auf ihr wuchs undurchdringlich zu sein. Da stand Baum an Baum mit dem dichtesten Laub eine grüne Mauer bildend und dazwischen wuchsen niedrige Gesträuche, das Ganze noch mehr zusammen pflichtend. Bald sahen die Knaben, dass sich auch dort der Kahn. Bald hatte er das Ufer erreicht und fuhr zwischen dem dichten Schilf, das vor der Treppe wucherte, mit Gewalt bis an dieselbe, wo er seinen Lauf hemmte, sich wandte und seine Länge nach gegen die unterste Stufe gedrückt, ruhig liegen blieb. Wolf hatte sich zuerst von seinem Staun und Schrecken erholt, sprang an den Strand und half auch seinem Kameraden heraus, dem das Abenteuer, als es so ohne Gefahr und Schrecknis ablief, ebenfalls nicht unangenehm schien, an dem die Wasserfahrt sogar vielen Spaß gemacht hatte. Sie beratschlagten, was weiter zu tun sei, und Kuno meinte, das Beste wäre wohl, dem Nachhen ein gutes Wort zu geben, damit er sich umwende und sie wieder an das andere Ufer des Sees brichte. Denn hier auf dieser Insel möchte doch nicht so viel Besonderes und Merkwürdiges zu sehen sein. Wolf dagegen war der Meinung, weil sie doch nun einmal da seien, sollten sie auch in das Innere derselben dringen, denn dem schiene es nicht glaubwürdig, dass sie Danaren so ohne Ursache wieder ihren Willen hierher geführt. Er überredete auch sein Freund und beide wandelten längst dem Ufer hin, um durch das dichtige Büsch einen Eingang zu finden. Doch gelang ihnen dies nicht. Sie umgingen die Insel mehrere Male, untersuchten aufs Genauste die Baumwand, ob sie nicht ein kleines Loch fänden, durch welches sie hindurch schlüpfen könnten. Aber vergebens, es musste hier ein Zauber walten, denn es war, als pressten sich die Zweige enger zusammen, wenn einer der beiden versuchte, hindurch zu kriechen. hoch am Himmel und die Knaben setzten sich auf den Strand der Insel, um sich von dem vielen Umherlaufen zu erholen. Auch stellte sich Durst und Hunger bei ihnen ein, und da kein Bach in der Nähe war, aus dem sie hätten schöpfen können, so machte Wolf den Vorschlag, einmal das Wasser des Sees zu versuchen. Er schöpfte einen Krug voll daraus, tat einen guten Schluck und da er fand, dass das Wasser sehr gut schmeckte, reichte er ihn Kuno hin, der sich aber nicht entschließen konnte, ihn an die Lippen zu setzen. Er dachte an das Schloss auf dem Grunde des Sees und dass vielleicht dort verzauberte Menschen lägen und versicherte bei diesen Betrachtung, er wolle lieber Hunger und Durst leiden, als von dem schwarzen Wasser zu trinken. Er nahm den Krug und schüttete das Wasser hinter sich in das Gebüsch. Doch wer beschreibt das Erstaunen der beiden, als sie sahen, dass sobald das Wasser die Zweige berührt hatte, dieselben auseinander wichen und einen freien Durchgang gestatteten. Die Knaben sprangen auf und nachdem sie sich einige Zeit mit überraschten Blicken angeschaut, trat Wolf in das Gebüsch und Kuno folgte ihm. Einige Schritte gingen sie unter den Bäumen umher, die hier ganz ohne Ordnung zu stehen schienen. Doch bald entdeckten sie einen Weg zu ihren Füßen, an dem rechts und links kleine Gruppen von Bäumen und Sträuchern standen, den man wohl ansah, dass eine kunstreiche Hand sie so geordnet hatte. Sie folgten diesem Weg, der in das Innere der Insel führte, hatten in kurzer Zeit das dichtige Büsch hinter sich und standen auf einem freien Rasenplatz, bei dessen Anblick sie mit einem lauten Ausruf des Erstaunens wie angefesselt stehen blieben. Dort erblickten sie nämlich eine große Tafel, an welcher wohl zwanzig bis dreißig Männer saßen, die ob gleiches aussah, als seien sie eben in lustigen Zechen und Plaudern begriffen, doch alle starr und ohne Bewegung waren. Zuerst glaubten die beiden ihr plötzliches Eintreten habe die städtliche Gesellschaft für einen Augenblick überrascht und in der Stellung erhalten, in der sie sich gerade befanden. Kunu wandte sich um zu entfliehen, doch Wolf hielt ihn zurück und schaute mit weit aufgerissenen Augen atemlos diesem sonderbaren Gelage zu. Nichts regte sich und aus Stein gehauen. Wolf dessen Mut wiederkehrte machte zuerst ein leises Geräusch, dann hustete und räusperte er lauter und als all dies alles ohne Erfolg blieb schrie er laut Hallo Hallo und Kunu stimmte endlich als er sah, dass sich niemand regte kräftig in dies Geschrei ein. Als sie knaben so zu ihrem eigenen Troste sahen, dass ihre Bemühungen die starre Gesellschaft zu erwecken vergeblich seien, traten sie ganz aus dem Gebüsche hervor und näherten sich behutsam der Tafel, um sich die seltsame Erscheinung näher zu betrachten. Es war, als seine Gesellschaft ihren fester Ritter mitten in einem festen Mahl von einem bösen Fluche überrascht und zu Stein erstarrt wurden. Oben an dem Tische, auf welchem große Humpen, Becher und Kannen mit alter stattlicher Mann im prächtigsten Waffenschmuck mit einer Krone auf dem Kopf und hinter dem selben Stauben zwei Pagen, von denen er den einen ein Befehl zu erteilen schien, während der andere ihm die Trinkschale darreichte. In dem Gesicht des alten Mannes lag etwas so Ernstes und Gutmütiges zugleich, dass es jedem zu Trauen einflüssen müsste, und die beiden Knaben bedauerten sehr, dass dieser Die Ritter, welche rechts und links neben ihm an der Tafel saßen, schienen in eifrigen Gesprächen vertieft zu sein. Einige hatten mit der einen Hand den Humpen erfasst und stützten sich mit der anderen auf den Tisch oder ihre Schwerter, wobei sie einander aufmerksam ins Gesicht schauten. Und diese Gesichter, obgleich sie hart und steif waren, hatten noch einen so lebhaften Ausdruck behalten, dass man genau sehen konnte, welcher gesprochen und welcher zugehört hatte. Dort saßen ein Paar, die sich mit den Armen umschlungen hielten und in die Höhe schauten. Der Ausdruck ihres Gesichtes zeugte von einer Ungemeinheit und wenn man dazu ihren halb geöffneten lächelnden Mund sah, so hätte man glauben können, ein lustiges Trinklied schwebe auf ihren Lippen. Die beiden Knaben gingen staunend um den Tisch und als sie hinter den alten Mann mit der Krone traten, sahen sie, rechts und links von diesem an der Tafel ein paar zierlich geschnitzte Stühle standen, die aber leer waren. Kuno, der nicht so beherzt war wie Wolf, fürchtete sich doch ein wenig und nahm sich wohl in Acht, so nahe zu der Gesellschaft hinzutreten und hielt sich mehr an das Gebüsch, welches den Rasenplatz umgab. Doch plötzlich fuhr er auch hier mit einem lauten Schreit zurück, denn er blickte auf einmal zu seinen Füßen einen großen Hund gelagert, während ein paar Pferde, die unter den Bäumen standen und von einem Knappen am Zügel gehalten wurden, auf ihn herabsahen. Wolf eilte überrascht herbei. Doch ergab sich bald, dass diese Pferde, von denen weiter im Gebüsch noch mehrere, so wie auch viele Knappen und Hunde zu sehen waren, ebenso starr und regungslos waren wie ihre Herren. Die Knaben wandelten jetzt ganz unten um den Tisch herum und sahen am Ende desselben noch ein paar Figuren sitzen, die ihre besondere Aufmerksamkeit versetten. Es waren schon etliche Männer und einer derselben blickte forschend den See hinab und seine spähenden Züge hatten Er hielt eine Hand an sein Ohr, als horche er genau auf etwas und hatte mit der anderen Hand die Schulter seines Nebenmanns gefasst, um dessen Aufmerksamkeit rege zu machen. Dieser aber ließ sich nicht stören, sondern saß in seinem Stuhl zurückgelehnt und setzte eben einen großen Becher an den Mund, den er mit dem vielen Wohlbehagen zu leeren schien. Wolf und Kuno betrachteten diese beiden lange und erschöpften sich in Mutmaßung, wonach der eine der alten Herren wohl geblickt haben möge. Kuno sah ihm über die Schulter und versuchte seiner Augen dieselbe Richtung zu geben, um dort etwas Besonderes zu erblicken. Aber er sah nichts als den schwarzen Spiegel des Sees. Wolf betrachtete sich indessen den anderen Herrn genauer und bedauerte unendlich, dass er wahrscheinlich mit einem Trinken gestört worden sei. Auch unterließ er nichts seiner lächerlichen Bemerkung über den alten Herrn zu machen und stellte die Vermutung auf, dieser möge wohl von der ganzen Tischgesellschaft den meisten Durst gehabt haben. Die Furcht, welche die beiden Knaben anfänglich gehabt hatten, verschwand gänzlich. Und da sie nicht ausklügeln konnten, ob diese Figuren von einem kunstreichen Meister aus Stein gehauen seien oder durch Zauber so verwandelt, so nahmen sie die Sache wie sie war und belustigten sich eine Zeit lang mit Betrachten der Waffen, der Trinkgeräte, der Kleider und endlich der Pferde und Hunde. Wolf wurde ganz mutwillig und kletterte auf eins der Streitrosse und als Kuno sah, dass er sich da oben recht stattlich ausnahm, stieg er selbst auf ein anderes und beide jauchzten vor Freude. Nachdem sie eine Zeit lang versucht, die Pferde durch Zurufen oder Treten mit ihren Fersen in Bewegung zu setzen, wobei sie aber den tödlichsten Schreck gehabt hätten, wenn dies wirklich geschehen wäre, stiegen sie wieder herab und machten sich andere Beschäftigung. Sie setzten sich auf die beiden leeren Stühle oben am Tisch, verließen sie aber weit wieder, denn das Gesicht des alten Mannes mit der Krone sah ihn ganz zu ehrfurchts gebietend aus. Dann schlendernten sie um den Tisch herum und Wolf stellte sich vor den Trinker hin und machte endlich lachend den Vorschlag, dem alten Herrn etwas Wasser in seinen Becher zu schütten, damit er seinen Durst löschen könne. Kunu fand auch diesen Einfall gar nicht übel und sprang mit seinem kupfernen Krug zum See hinab, wo er ihn mit Wasser füllte. Dann nahm ihn Wolf in Empfang, hob sich auf seinen Zähnen empor und goss den Becher so voll, als es bei der schiefen Haltung, in welcher ihn der Ritter hielt, möglich war, aber dass das Wasser die Lippen desselben benetzte. Sich über ihre lustige Tat freuen, stellten sich die beiden dahin und lachten laut auf. Doch plötzlich hielt Wolf mit seinem Lachen inne und starrte das Gesicht des Ritters an. Auch Kuno sah ihn und klammerte sich mit einem lauten Ausruf des Entsetzens an Wolf fest. Wer vermag den Schrecken der beiden zu schildern, als sie sahen, wie sich in den steinernen kalten Gesicht die Lippen langsam öffneten und das Wasser, welches Wolf in den Becher gegossen, schlürfend austranken, wie sich die früher so toten Augen langsam belebten, Glanz und Farbe bekamen und mit einem seltsamen Ausdruck vor sich hin starrten. Als das Wasser langsam durch den Hals floss, begann die Brust der steinernen Figur zu atmen und in allen Gliedern des Körpers zeigte sich Leben. Der alte Ritter tat einige tiefe Atemzüge hintereinander, stieß ein paar Seufzer aus und ließ seine Hand mit dem Becher langsam auf den Tisch nieder. Dann wandte er den Hals und sah mit einem Blicke des Staunens und Schreckens seinen Nebenmann an, dessen kalte steinerne Hand, die auf seiner Schulter lag, er jetzt mit Verwunderung befühlte. Die beiden Knaben, denen der Schreck in die Glieder gefahren, waren auf ihre Knie niedergesunken und blickten mit bleichen Gesichtern und gefalteten Händen zu dem Ritter auf. Und obgleich sie kein Wort hervorbringen konnten, sah man doch an der Bewegung ihrer Lippen, dass sie Vergebung erpflegten für ihre vorwitzige Tat. Der Neubelebte, nachdem er mit demselben Erstaunen, mit dem er seinen Nebenmann angesehen, die Stuhle auf. Wolf, der jetzt einsah, dass sie am Ende doch keine so üble Tat verrichtet, in dem aus dem früheren Steinblock ein gehörig lebendiger Mensch geworden, fasste sich zuerst wieder und erzählte dem Ritter in kurzen Worten, wie sie wären und was sie angefangen hätten, bis zu dem Augenblick, wo sie ihn zufällig wieder ins Leben gerufen. Dieser sah die beiden Kinder ganz verwundert an und hörte ihre Erzählung mit dem selben Erstaunen zu, mit dem sie ihn betrachteten. Als die Rede auf den Krug kam, trat er aufmerksam näher und als ihn Kuno in die Höhe reichte und vorzeigte, stieß der Ritter einen lauten Schreides und Zückens aus, drückte bald die Knaben, bald den Krug an seine Brust und rief laut, wobei ihm die Tränen in den grauen Bart räuten, nun hat alle alle Not ein Ende. So ungern sich Kuno auch von seinem Krug trennte, so ließ er ihn doch dem Ritter, der ihn an seinen Arm hing, und da der Abend bereits hereinbrach, die Knaben aufforderte, ihm zu folgen. Sie gingen alle drei auf den Strand der Insel, stiegen die Treppen hinab und setzten sich in den Kahn, der sich alsbald umwandte und ohne Hilfe von Rudern und Segeln eilig nach der Richtung hinschwamm, wo die beiden Knaben heute Morgen hergekommen. Bald erreichten sie das andere Ufer, stiegen aus und führten den Ritter an die Stelle des Sees, wo man das Schloss deutlich auf dem Grunde desselben sehen konnte. Da setzten sie sich hin rief er laut, bald werdet ihr Arme dort unten erlöst sein und bald wird das Schloss wieder hervortauchen aus dem schwarzen Wasser und wir ehdem stolz und stattlich in das Tal schauen. Wolf und Kuno, die aufmerksam die Reden des Ritters zu Hörten, waren sehr neugierig zu erfahren, was es mit dem Schloss dort unten für eine Bewandtnis habe und Wolf hatte den Mut den Ritter darum zu fragen. Dieser schaute noch eine Weile nachdenkend in den See, als wolle er dort unten etwas erspähen. Dann wandte er sich zu dem Knaben und erzählte ihm die Geschichte des Schlosses folgendermaßen. Das Tal, in welchem wir uns befinden, gehörte vor noch nicht langer Zeit dem Könige Dagobert, den er auf der Insel oben an dem Tische mit der Krone auf dem Haupt der Sitzen sah. Er lebte froh und glücklich auf seinem Schlosser, das aber damals nicht wie jetzt auf dem Grund des Sees lag, sondern traulich zwischen den umliegenden Bergen versteckt, tief im Tale, inmitten von schönen Gärten und fruchtbaren Wiesen. Der König war heiter und zufrieden, denn er hatte alles, was das Leben angenehm machen kann. Leider war ihm seine Gemahlin gestorben, doch hatte sie ihm zwei Töchter geboren, denen das Glück zuteil wurde, dass an ihren Wiegen zwei jener mächtigen Wesen standen, die man Feen nennt. Diese vertraten denn Mutterstelle bei den kleinen Prinzessinnen und beschützten und pflegten sie so gut, dass sie in Fülle der Gesundheit und ausgezeichneter Schönheit kräftig heranwuchsen. Statt Gold, Silber und Edel Stein, dass sie ihnen hätten zum Patengeschenk machen können, segneten die eine den Brunnen des Schlosshofes und ließ sein Wasser heilsam sein, sowohl für alle Krankheiten als auch für jenes Übel, dem kein Mensch entfliehen kann, das Alter, in dem auch der älteste Greis nach einem Trunk aus jener Quelle, wenn noch nicht die Frische und das Aussehen der Jugend wieder erhielt, doch noch lange Jahre in guter Gesundheit und fröhlich fortleben konnte. Die andere gab einen kupfernen Krug. Es ist derselbe, den ich durch eure Hilfe wieder erlangt habe, um mit ihm allein jenes heilsame Wasser zu schöpfen. Als die beiden Prinzessinnen ziemlich herangewachsen waren, mussten die Feen auf Befehl ihrer Königin das Tal verlassen, zu welcher Zeit sie dem Könige nicht verhehten, dass durch den Verderbensuche aufmerksam geworden und auch hier nichts säumen würde, wenn es ihm möglich wäre, Unheil zu stiften. Da ihm alle Dinge, die dem finsteren Schoß der Erde entstiegen, untertan seien, so herbe er auch Gewalt über alles Wasser, was den Boden entquelle und also auch über den Fluten des heilsamen Brunns. Und um nun dieser Gewalt entgegenzuwirken, die, wo es ihr möglich sei, nur das Böse vollbringe, solle der König den unscheinbaren kupfernden Krug hoch in Ehren halten und es nie zugeben, dass mit einem anderen Gefäß als mit diesem aus dem Brunnen im Hofe geschöpft würde. Denn nur so könne der mächtige unterirdische Geist im Zaume gehalten und ihm die Kraft benommen werden, damit er nicht dem Wasser einem bösen Zauber Vorschrifte sorgfältig zu beobachten und die Feen schieden, nachdem sie noch einmal alle Segen auf die beiden Prinzessinnen herabgewünscht. Darauf ließ der König den alten unscheinbaren Brunnen auf die kostbarste Art mit geschliffenen Marmor umgeben und es wurde von dem schönsten Rosenholzer ein Dach darüber gebaut, das nur eine einzige kleine Tür hatte, zu welcher der König ein überaus künstliches Schloss machen ließ, dessen Schlüsse er beständig im Gürtel verwahrte und nie von sich gab. Da er nicht geizig war und gerne jedermann den Genuss des heiseren Wassers unentgeltlich gönnte, so durfte Alt und Jung reich und arm zu gewissen Stunden in den Schlosshof kommen, wo sich als dann König Dagobert selbst an den Brunnen einfand, mit eigener Hand das Schloss fortnahm und sorgfettig darauf achtete, dass aus dem Brunnen mit keinem anderen Gefäß als mit dem Kopf an den Krug geschöpft wurde. Das Wasser hatte in kurzer Zeit schon so viele gute Dienste getan, dass es leicht erklärlich war, wie Darob der Neid jenes bösen unterirdischen Geistes regen werden konnte, weshalb dieser schon in mancherlei Gestalt versucht hatte, den Krug zu rauben oder das Schloss zu zertrümmern, womit König Dagobert den Brunnen verwahrte. Schon einige Male fand der König zwei Krüge von der gleichen Gestalt, so dass es ihm schwer geworden wäre, den Rechten zu erkennen und er vielleicht den Falschen für den Echten genommen hätte, wenn die Feen die beiden Prinzessinnen nicht ein so richtiges Gefühl eingeflößt hätten, dass sie das Falsche und Unrichtige augenblicklich erkennen konnten. Auch waren schon zum Öfteren Gesandte fremder Könige oder deren Prinzen selbst gekommen, um von dem Wasser zu kosten und schon mehr als einer hatte den König Dagobert ersucht, ihm mit seinem eigenen Gefäßen das Wasser schöpfen zu lassen. Doch dieser bedachte zu gut den Spruch der Feen und war zu wohl überzeugt, dass jener böse unterirdische Geist all ihm nur zu Gebot stehenden Künste aufbieten würde, um das Geschenk dafür ihn zum Nachteil zu wenden. Bei diesen Worten hielt der Ritter einen Augenblick inne, sah seufzend in den schwarzen See und fuhr fort. Ach, so ernstlich der König auch darauf bedacht war, dies gefährliche Geschenk mit möglichster Sorgfell zu beaufsichtigen. So wurde er doch überlistet. Es begab sich eines Tages, die Mittagstafel aufzuschlagen, auf jener Insel, die damals aber nur ein schöner grün bewachsener Hügel war, der sanft aus dem Tal aufstieg. Es war ein herrlicher Tag und nachdem der König mit den beiden Prinzessinnen und uns seinem Gefolge einen Ritt über die benachbarten Berge gemacht, erreichten wir jenen Hügel, wo die Tafel bereit stand. Die Knappen zogen sich mit den Pferden und Hunden ins Gebüsch und wir lagerten uns unter fröhlichen Scherzen um den Tisch, die Freuden des Bechers sowie der vollen Schüssel zu genießen. Oben am Tische saß der König und zu seinen beiden Seiten die Prinzessinnen, während hinter seinem Stuhle mehrere Leibpagen bereit waren, seine Befehle zu erfüllen. Der kupferne Krug, den er sogar auf seinen Spazierritten mitnahm und der als dann zur Seite an seinem Sattelknopf hing, stand vor ihm auf dem Tische. So tafelten wir und die Luft war so rein und gewürzig, der Tag so schön, dass aus eines jeden Brust Sorgen und schwere Gedanken verschwanden und alles heiter und guter Dinge war. Da bemerkte ich auf einmal, ein zerlumter Bettler, der mehrmals um den Fuß des Hügels herumgegangen war, jetzt die Anhöhen hinanstieg und sich dem König Dagobert näherte. Bei der Tafel angekommen, ließ er sich auf die Knie nieder und flehte den König in den demütigsten und rührendsten Ausdrücken um einen Trunk des heilsamen Wassers an. Der König, der nicht gern von der Tafel aufgestanden wäre, forderte ihn auf, in einer Stunde ins Schloss Als die Prinzessinnen sahen, dass der König in diesem Augenblicke nur ungern seinen Becher verließ, wandten sie sich an ihn und baten ihn, er möchte ihnen den Krug und Schlüssel anvertrauen und sie allein mit dem Bettler hinab ins Schloss gehen lassen, um diesen mit einem Trunk Wasser zu verhelfen. Die beiden jungen Damen waren des Sitzens überdrüssig und lagen daher ihrem Vater so lange mit Bitten an, bis er in den Krug und Schlüssel gab. Er empfahl ihnen aufs Neueste die größte Vorsicht und ließ den Hügel hinab ins Schloss springen. Der Bettler folgte ihnen. Uns alle, die wir um den König herum saßen, kam bei diesem Vorfall nicht ein argwöhnischer Gedanke. Das Schloss lag ganz nah und wir konnten dem Prinzessse mit unseren Blicken folgen. Diese kamen an den Brunnen, schlossen das Dach auf, schöpften mit dem kupfernden Kruge das Wasser und schienen dann den Bettler zu fragen, ob er kein Gefäß mitgebracht habe, in welches sie das heilsame Wasser schütten könnten. Dieser verneinte es, und da ich, an nichts böse denkend, im gleichen Augenblick meinen Becher an die Lippen setzte, so konnte ich nicht sehen, ob die beiden Prinzessinnen dem Bettler den kupfernden Krug in die Hand gegeben oder ob er ihn denselben entrissen hat. Genug, er schwang den Krug triumphierend gegen uns und als er danach in die Erde versank, sahen wir wohl, dass uns jener mächtige Geist überlistet. Ich wollte von meinem Sitz auffahren, doch ich vermochte es nicht. Ja, ich konnte nicht einmal aufspringen und den beiden Prinzessinnen zur Hilfe eilte, die sich vergebens bemühten, das Brunnendach vor der herumstürmenden Flut zu verschließen. Doch alle, die in der Tafel saßen, schienen im gleichen Augenblick wie ich erstarrt zu sein. Kein Laut entfuhr ihrem Munde und sogar das Gebell der Rüden, die sich munter im Grase gewälzt, endete mit einem schmerzlichen Schrei. Und dann war alles still um uns. Vor meinen Augen schwamm es wie dichter Nebel, aber trotzdem ich Brunnen und Schlosshof nur undeutlich erblickte, konnte ich doch sehen, dass immer neue und gewaltigere Wasserströme dem Brunnen entstürzten. Die Prinzessinnen riefen um Hilfe, aber niemand sprang zu ihrer Rettung herbei. Schon hatte das Wasser den ganzen Schlosshof überströmt und stieg an den Mauern und Talwänden langsam empor. Bald war von den beiden unglücklichen Prinzessinnen nichts mehr zu sehen. Entstand das Wasser schon in der Hälfte des großen Turms, hatte nun das Dach erreicht, dessen Spitze im nächsten Augenblick nur noch hervorsah, auch dieses verschwand und wie sich das Wasser über ihr zusammenschloss zeigte ein kleiner zitternder Ring, der sich immer größer und größer ausbreitete, nur noch wenige Augenblicke an, dass die schwarze Wasserfläche ein städtliches Schloss bedickt hatte. Und wir waren während der Zeit erstarrt, nicht nur vor Schrecken, sondern durch Zaubergewalt. Nicht bloß für den Augenblick saßen wir da und konnten kein Glied regen, nein, es war, es wanderte sich unser Blut langsam zu Stein, er zerkaltete alles Leben in uns. Jeder blieb in derselben Stellung, ja mit denselben Minen sitzen, die er in dem Augenblicke gehabt hatte, wo der verruchte Zauberer mit dem Kruge gegen uns gewinkt. Auch verdunkelten sich unsere Augen und es ward Nacht vor unseren Blicken. Und so saßen wir Tag und Tag, Nacht um Nacht, Wochen, Monate, als sind jetzt beinahe drei Jahre so hingeschwunden. So erzählte der Ritter. Die beiden Knaben hatten ängstlich zugelauscht. Die Nacht war jetzt ganz heraufgestiegen und sie führten den Ritter nach dem Häuschen hin und erzählten ihm von den beiden Schlangen, die sich in der letzten Nacht in zwei schöne Mädchen verwandelt hatten. Wolf sprach von den Kronen, sie auf ihrem Haupte getragten und der Ritter erkannte alsbald zu seiner großen Freude, dass es halfen ihn jedes Mal nach dem dritten Tage den See zu verlassen, um die Nacht in ihrer natürlichen Gestalt hierzu zu bringen. Die beiden Knaben legten sich auf die Seiten in Betten, der alte Ritter auf den Boten und so schliefen alle drei bis der goldene Morgen heraufkam. Da erwachten sie fröhlich und der Ritter begann eifrig nachzudenken, wie er die Entzauberung des Schlosses wohl bewerkstelligen könne. So leicht ihm dies gestern erschienen war, so fand er doch bei näherem Betrachten, dass die Sache doch ihre Schwierigkeiten habe. Denn er hätte freilich den Zauber, der die Macht jenes bösen Geistes wieder bändigen musste, aber wie er das vermittelte Skruges anzufangen habe, das wollte ihm nicht richtig klar werden. Wusste er doch keinen Spruch, kein Zauberwort, dass er die schwarzen Wasser hätte bändigen und zwingen können. Der gute Ritter war wahrlich in keiner geringen Verlegenheit. Er ging mit den beiden Knaben am Ufer des Sees auf und ab und war schon im Begriff nach der Insel zu schiffen, um dort den Versuch zu machen, jeden von der Tafel Runde zu erwecken, auf die gleiche Art, wie die Knabe ihn erweckt hatten. Da kam ihm erst dann erwecken würdest, nachdem Schloss und Teil entzaubert und widerlieblich vor seinen Blicken da liegt. Und wenn dir auch der Zauberspruch hierzu nicht bekannt ist, so ist es deine Pflicht für deinen Herrn und König ein Wagnis zu bestehen. Mag es nun enden, wie es will. Unter diesen Gedanken setzte sich der Ritter mit den beiden Knaben in den Nachen, der als bald in den See hinaus fuhr. Als sie in die Mitte des Schwarzen Sees gekommen waren, stand der Ritter plötzlich auf und sagte, meine lieben Kinder, bleibt ruhig sitzen und lasst mich einen Versuch machen, ob es mir nicht gelingt, den Zauber mit einem Male von dem Tale zu nehmen, indem ich versuche, mit Hilfe des Kruges dort unten das Brunnen dach zu schließen, damit die Flut sie sahen, wie der Ritter in den Schwarzen See hinab sprang und augenblicklich verschwand. Kuno schlug jammernd die Hände zusammen, mehr über seinen Krug als über den Ritter und Wolf konnte sich des Gedankens nicht erwehren, als sei dieser ein anderer böser Geist, in den Krug nun auch entführt habe. Doch während sie noch so saßen und Kuno laut weinte, hörten sie auf einmal tief unter sich auf dem Grunde des Sees ein lautes Geräusch, als würde eine Tür heftig zugeschlagen. Und wenige Augenblicke nachher bemerkten die erstaunten Knaben, dass mit dem See eine gewaltige Veränderung vor sich gehe. Er fing an, unruhig zu werden, dann aufzubrausen. Auch bemerkten sie an den Ufern ringsherum, dass das Wasser zusehends abnehmehmeh. Dabei überzog sich der Himmel plötzlich mit schwarzen Wolken, die sich an einigen Stellen bis auf den See herab ließen und das Wasser aufzutrinken schienen. Mit jedem Augenblick wurden die Wolken von dem schwarzen Wasser dunkler und als sie so voll getrunken wagen, zogen sie schwerfällig über die Berge, um anderen durstigen Wolken Platz zu machen. Das Wasser in dem See sank in das schneller und schneller. Jetzt tauchte dicht neben dem schaukelnden Nachen die Spitze eines Turmes auf. Und bald sahen sie das ganze Dach desselben aus dem Wasser hervorragend. Auf der Spitze und unter den hervorspringenden Dach bemerkten die beiden zu ihrem Erstaunen Krähen, Schwalben und anderes Gefügel, welches die Köpfe unter die Flügel gesteckt hatten und zu schlafen schienen. Doch nicht so bald war das Wasser unter ihnen herabgesunken, als alle erwachten. Die Habichte und Krähen flogen hoch in die Luft, um sich umzusehen, was es dann eigentlich gäbe, und die Schwalben schossen hungrig über dem Wasser dahin, da sie lange nichts gegessen, um sich Mücken und andere Insekten zu ihrem Frühstück zu holen. Bald darauf kam rechts und links neben dem Knaben andere Gemäuer hervor. Kleinere Türme mit Schießscharten, hinter denen Knappen an ihre Spieße gelehnt standen und ebenfalls zu schlafen schienen. Doch hatte auch diese nicht so bald statt des schwarzen Wassers die frische Luft umspült, als sie sich dehnten und reckten, laut Nun tauchte das Dach des Schlosses selbst auf. Und wenn die Knaben schon das Erwachen der Vögel und der Knappen an den Türmen in Erstaun gesetzt hatte, so stieg ihre Verwunderung jetzt aufs Höchste, als sie sahen, wie sich Menschen und Tiere in jedem Stockwerk belebten, sobald das Wasser gesunken war. Dort schrickten ein paar Stallbuben die Köpfe zu dem Söller Fenster heraus und andere fuhren vor, den Hafer auszumessen. Tiefer unten öffneten Mägde die großen Flügelfenster und ließen frische Luft hinein in die Gemächer des Königs. In der Küche aber war das Gewimmel am mannig falzten und größten. Denn als vor drei Jahren die Verzauberung vor sich gegangen war, hatte der Küchenmeister gerade das Dessert für das Königstafel zugerichtet und war in diesem wichtigen Geschäft gestört worden. Hier liefen die Küchen jung umher und stellten Schüsseln voll Pasteten, voll Zuckerberg, seltenen Früchten und anderen köstlichen Sachen zurecht und die Tafeldecker in ihren goldbordierten Rücken nahmen die Schüsseln eilig auf, um sie dem Hügel hinanzutragen. Die Knaben sanken tiefer und tiefer. so hoch und stattlich wie es der Ritter beschrieben vor ihnen und sie befanden sich hinter demselben in einem schön angelegten Garten und sahen plötzlich, dass der Kahn auf einem kleinen Teich schwamm, an dessen Ufer er sich anlegte, worauf beide hinaus in den schönen Garten sprangen. Eilig liefen sie um das Schloss herum, um den alten Ritter aufzusuchen und als sie in den Schlosshof kamen, sahen sie ihn an dem brunnen heilsamen Wasser stehen, auf dessen Rande der Kupferne Krug stand. Die beiden Prinzessinnen aber, die sie in dem kleinen Häuschen gesehen hatten, lagen in seinen Armen und alle drei weinten vor Freude, Rührung und Entzücken. Die Knaben waren zu schüchtern, um näher zu treten und hielten sich in bescheidener Entfernung. Doch waren sie von all dem Wunderbaren, was sie plötzlich so ergriffen und gerührt, dass ihnen ebenfalls die Tränen in die Wangen hinab liefen. Plötzlich begann es droben auf dem Hügel, der noch vor wenigen Augenblicken als Insel aus dem Schwarzen See hervorstach, lebendig zu werden. Jagdhörner schalten, Pferde wirten und die Hunde bellten. Jetzt borgen sich die Sträucher auseinander oder wurden niedergetreten von den Hufen der daherstürmenden Rosse. Alles war dort oben wieder zum Leben erwacht und an der Spitze seiner Tafelrunde stürmte König Dagobert der Herr schon von weitem seinen Kindern mit lautem Gruße zurufend. Im Schlosshof sprang alles von den Pferden und der Freude und des Entzückens war kein Ende. Darauf erzählte der alte Ritter von den beiden Knaben, dass sie es wären, welche den bösen Fluch von dem Tale genommen und stellte sie dem Könige vor. Dieser erkundigte sich nach ihren früheren Schicksalen und da ihm das berühmte Geschlecht der Schreckenberger wohl bekannt war, so nahm er deswegen sowie auch aus Dankbarkeit den letzten Spross desselben mit der größten Freundlichkeit und Gnade auf. Und ebenso auch Wolf, der durch sein reiferes Alter und seinen Mut nicht wenig zu der glücklichen Entwicklung der Geschichte beigetragen. Im Schloss des Königs begann das alte fröhliche Leben wieder und wurde fortan durch keinen bösen Feind mehr gestört. Als Kuno und Wolf einige Jahre in allen ritterlichen Übungen unterrichtet waren, unternahmen sie Streifzüge in das Land, um Riesen zu bekämpfen und der Unschuld beizustehen. Wobei sie auch eines Tages das Schloss der Schreckenberger besuchten und dort in einem elenden Häuschen durch Gottesfügung noch einen jener alten Mann trafen, der mit dem alten Fratz von Schreckenberg gestanden, gefallen, aber nicht gestorben war. Da er um die vergrabenen unermesslichen Schätze gewusst, so hatte er sie sorgfältig verwahrt und händigte sie jetzt dem Erben ein, worauf ihn dieser mit an den Hof des Königs Dagobert nahm. Im Lauf der Zeit wussten sich die beiden edlen Ritter Kuno und Wolf, denn auch letzterer hatte den Ritterschlag empfangen, die Liebe der beiden Prinzessinnen zu erwerben, sodass der alte König Dagobert nicht umhin konnte, in eine doppelte Vermählung zu belegen. Von dem kupfernden Krug erzählte der alte Mann des Fratz von Schreckenberg, dass ihn sein Heer einst von einem Streifzuge mitgebracht. Doch sei er seine schlechten Ansehenshalber in die Rumpelkammer geworfen und vergessen worden. König Dagobert aber erkannte in dem Traum, den die gute selige Gräfin von Schreckenberg gehabt hatte, das Walten der schützenden Feen, die alles zum Guten gelenkt hatten. Schreckenberg Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020